Wir haben ja das perfekte Wetter draußen, um gemeinsam Sport zu machen. Stimmt. Und ich freue mich sehr, Ihnen, liebe Zuschauer, mein perfektes, wie für mich perfektes Trainingskonzept, jetzt in den nächsten 60 Sekunden, 60 Minuten, ich bin schon ganz uff, hier ist meine erste Sendung, zeigen zu können. So ist es. Und mit dabei, viele einzelne Stufen, da müsste man ja wirklich an der Stelle 30, 40 Stäbe zu Hause haben. Das heißt, es ist ja wirklich für jeden geeignet, Alexandra, oder? Richtig, und es ist nicht nur für jeden geeignet. Es gibt viele, die denken, das ist ja nur was für die Arme, von Wegelein. Das ist für den ganzen Körper. Andrea, du zeigst mal jetzt bitte meine Lieblingsübung, damit ich erklären kann, was man alles hat. Unter dem Bett ist es oft zu finden. Und der Stabi steht bei mir zu Hause im Schirmständer. Wie für einen Freiteiler für das ZDF in Australien. Und da gibt es nicht wirklich ein Gym auf dem Land, wenn wir untergebracht sind, aber den Stabi, den kann ich überall mit hinnehmen. Und wie bist du auf Andrea dann gekommen? Ganz, ganz wunderbar. Ich hatte mir den Stab schon gekauft, weil ich ihn liebe, weil ich damit wunderbare Ergebnisse bekommen habe. Und dann ist Andrea auf mich zugekommen. Das zeige ich Ihnen mal bei mir. Denn während ihr eure Übungen macht, auch übrigens aus der DVD, die Sie ja mit dazu bekommen, darf ich die chinesischen Kinderhändchen zum Beispiel produzieren. Das möchte ich nicht haben. Man möchte einfach wissen, dass man gute Qualität bekommt, dass es funktioniert. Und dass der DVD, viele verkaufen ja dann gerne drei DVDs für Aufwärmen, für Fitness und für Entspannung. Wir haben alle drei Dinge auf dieser einen DVD. Es soll wirklich simpel sein, für jeden Verständnis. Es ist einfach auch ein Drückentraining. Automatisch, es ist so. Und Sie bekommen sozusagen Ihr Promi-Training hier, haben Ihren Personal Trainer mit da zu trainieren. Dann stelle ich mich aber vor den Fernseher, gucke Nachrichten oder weiß der Geier was. Und mache fünf Minuten. Dann habe ich ein gutes Gefühl. Fünf Minuten kriegen wir doch alle irgendwie hin, oder? Ja, vor allem auch für die Ausdauer. Das ist ja sehr wichtig. Wie ist das jetzt selber nochmal, wenn man jetzt einfach mal sagt, Mensch, super, man hat eine tolle Figur, man sieht bei dir, ich finde, das sieht einfach klasse. Vielen Dank.